Hallo Tommy! Hallo! Ihr seht es ja bereits! Wir haben einfach hier gewonnen! Ich möchte euch kurz mal zeigen, wie weit wir es geschafft haben, um Dios zu finden. Ich glaube ich dahinter war, dass, äh, Philipp wollte schon auf die Auseinander funktionieren. Ich wollte kurz, ich... Ich brauche mich einfach... Hallo Tommy! Halt die Brette mal! Wart du, Anton, halt die Brette mal! Ich brauche mich einfach irgendwo rein, für mich das ausbauen, und was wir dich diamanten. Und das nur, weil wir kurz überprüfen wollten, ob die Aufnahme passt. Also, ein bisschen, dann ist das schon, ja. Okay! Das ist wenigstens ein Abbot! Ja, du darfst ihn herum. Wie ist es? Okay, danke! Du hast einen! 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel hast du jetzt übrigens genommen? Also mit dem jetzt 6. Okay, ich bin bereit. Ah, die Klasse! Willst du eigentlich den Diamanten in die Hand drücken, der am meisten gestorben ist? Bis jetzt? Ich! 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 Gib her! Gib her! Wöchst es du hier! Super! Oder... Wieso? Du hast Leisengerüstung, ich nicht! Okay, gute Meinung. Ich bin voll! Ich bin voll! Wenn dann stirb ich wohl! Ich bin voll Eisen! Aber Niklas lässt sich weniger erhitzen! Leider! Nein, Niklas kippelt durch ein Skelett! Warte! Lass ihn mal herkommen, bitte! Lass ihn mal bitte herkommen! Ja, der kommt jetzt schon her! Warte! Warte! Hast du da eigentlich jetzt rausgeschlagen, die gegeneinander schlagen? Nein, ich bin ja nicht rausgegangen! Man muss erst rausgehen! Also, okay! Ich mach das erst nächstes Jahr! Okay, gut! Buchstäblich nächstes Jahr, weil wir haben heute schon Silvester! Juhuuu! Bis das Video hochkommt, ich soll das machen, sag ich mal! 2017! Ah, 18! Ich nehme schon 2018 auf! Ja, genau! Bis dort haben wir Season 2! Ey, pro Jahr eine Season machen wir's doch! Nein, wir haben nicht mal unser Ziel erfüllt! Wir fangen da nicht mal an! Bis wir keinen Bock mehr haben! Ja, auf Minecraft oder auf Season 1? Auf alles! Boah, da hängt schon wieder ein Zombie! Bis wir keinen Bock mehr! Bis einfach, die Welt nicht mehr gut ist einfach! Sorry! Wir haben keinen Apislazuli gefunden! Noch nicht! Aber jetzt! Füllt mal! Ja! Warte mal! Ja, ich baue mich einfach wieder irgendwo rein! Dann finde ich wahrscheinlich wieder was! Ja, ich hab's gut gefunden! Ich baue mich einfach irgendwo rein! Ey, hörst du das? Ich baue mich einfach irgendwo rein! Komm her! Ja, Zombies, aber die sind da draußen! Also bisher haben alle unsere Diamanten, hast alle unsere Diamanten du gefunden! Ja, warte, schau mal! Ich guck hier schon! Ich hab Hitler und 7 Zug gebaut, ne? Dass uns nix nervt! Na klar! Ja! Du mach einfach! Du mach einfach! Ich hab und ich segne es! Mach meinen! Ah ok dann auch! Ja! Kleine Strip mein System einfach mal! Ja, warte mal! Eins, zwei, drei! Und da ist meine Spielzeit kaputt! Hast du noch welche oder brauchst du? Ne, ne, ich hab noch welche! Ich möchte da nicht reinlaufen! Ich grabe gerade weiter aus! Pass auf, dass du die Packen nicht da setzt, wo ich abbauen muss, ne? Ich hab Lapis! Lapis? Ok, gut! Ja, Lapis! Geil, ich sehen will! Was? Ja, das ist Ziel! Die Seiten mit Steinen... Ja ok, was? 38! Und wenn man braucht wieviel spielen in der Verzweißung? 20! Ey stop! Keine Ahnung! So einfach! Bei Level 30, 3 lapis, glaub ich glaube ich! Bei Level 20, 2 und bei Level 10 oder runter nur 1! Oder? Ja, glaub schon! Ich hab ja nachschauen bei der Verzweißung, oder? Nein, das sieht man nicht genau! Du kannst dann immer noch in die andere Richtung abbauen, also kannst du ruhig mal aufhören! Äh, Lava! Ok, ich bin fertig! Was dich erwähnt? Gleich kommt Lava in meine Fresse, was ist da? Lava! Oh Gott! Oh Gott! Ja, Anton! Wir machen eh auf der anderen Seite drei Bilder! Auf der anderen Seite, das ist unser Essen gerade! Äh, Lukas! Ich hab ne zweite Schlucht gefunden! Das hinter uns, das wird unsere, ähm, sagen wir mal Kürbis und... Stopp, Anton! Entschuldigung! Wir... Was machen wir? Wir kramen uns von der einen Schlucht weg, weil da nichts mehr ist! Was fehlt mir? Ne zweite Schlucht! Wir haben gerade ne zweite Schlucht in der anderen gefunden! Ok, hab Glück, 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 äh, Glück! Das ist still! Ja, warte mal! Ich muss äh, noch alles hier kramen! Ich hab das Stuttgart! Habst du gern helfen noch? Ich möchte mich kurz umgucken, aber ohne... Ok, Anton! Ich hab sehr verstanden, was du sagen wolltest! Aber machen wir einfach nicht ein ganz großes Ding? Oder machen wir das einfach nicht weiter? Also in die Richtung? Wir können halt beidseitig zum Beispiel... Wir können nach vorne noch größer erweitern, dass es länger wird! Oder wir können es breiter machen, breiter machen, das heißt noch mal... Neun Felder nach links! Ja, breiter schon zwölf, mach einfach länger! Ja, sag! Ja, dann kannst du deine Arbeit dann, wenn du möchtest! Ja, machen wir das weiter dann! Bauen wir dann nur Weizen oder Kartoffeln dann! Ich weißel, hier auf der Seite Kartoffeln... Das ist für unser Essen! Das ist nur für unser Essen da! Und oben bauen wir einfach die Kübisse oder... Na... Ah, für Tiere! Oben ist für die Tiere, dass die Tiere immer etwas zu essen haben! Ich mach meinen eigenen Lager für Kübisse und... Melonen! Ja! Das mach ich unten! Das ist bei unser Essen! Ich hab Lapis! Ich hab Lapis! Ich hab jetzt Axel! Wenn du mir jetzt höre mal wieder absteuern! Das brauche ich dann unten um! Die finden grad gut Lapis! Ja, aber auch! Oh, komm! Gut! Ah, wird noch nicht zu Ende! Boah, ich fühle mich so schön an, nicht aufzunehmen! Da ist Redstone noch, okay! Ich probier das mal! Äh, IP halt! Ich hab halt keine Steinspitzhacken mehr! Wir haben 1000 mehr, kommt ja! Äh, ich hab noch 3 insgesamt! Ja, warte mal! Ich baue uns noch ein bisschen Kohle ab! Okay, jetzt muss ich wissen, wie weit! Okay, jetzt machen wir mal! Ich glaub, die Schlucht ist nichts Besonderes wirklich hier! Ja, ja, aber egal! Nicht los ist nicht los! Ich glaub, die sollten auch mal langsam hochgehen! Die haben zu viel Zeug gekannt! Die können doch eh nicht alles auf einmal dran! Ich sag euch, wenn es Tag ist! Äh! Ich hab noch mal Lapis! Geh mal weg da! Soll ich gehen! Sag doch Akim, Shavin! Geh weg! Ich war's tot! Ich bin hier weg! Wollte nur weiter! Aber als Lava ist... Warte! Lava... ... ... ... ... Okay! Das lag schon wieder! Das hat wieder kurz bei mir gelaggt! Ja, da kommt die Lava durch! Scheiße! Dann pass auf! Jaaa! Lapis Abbau hat sich erledigt! Kommst du kurz mal zu mir, Banne? Jaa! Ich brauchte Licht! Jaa! 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 Du läufst immer in mich! Jaa! Jaa! Du läufst immer! Jaa! 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 Du meinst du? Green Bomb! Lauf zurück! Was? Zurück, zurück, zurück! Ich weiß nicht ob unter uns ne Miene oder sowas irgendwie ist. Jaa! Verpiss dich! 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 Also es ist 24 Stunden primal gekommen. Meine Pfeile! Meine Pfeile! Meine Pfeile mehr! Ihr bei mir so dahinten an der Reihe! Ich hab zwei Pfeile noch! Hast du meine auch gesammelt dran, so will ich? Nein! Nein! Ich nehme mir aber das Eisenschwert! Ja! Ich möchte das ja gerne mal heller machen, aber ich komm da nicht hoch! Was du wirklich? Machst du das? Das ist nur ein Zombie! Jaa! Der ist tot! Zwergschläge! Du meinst du das Eisenschwert! Sag dir mal alles aus bitte! Ja! Ich komm nicht da an! Ah! Hinten ist Gold! Ja! Ja! Mir egal! Ich will nur das hier irgendwie... Aber ich hoffe doch! Komm wir gehen den gerne mal! Juhu! Wir haben das Limit erreicht schon, will ich schaffen! Okay! Schaffen! Hallo Tobi! Ja genau! Es parkt! Kannst du? Kannst du? Kannst du Mauer? Der Wand wo die Leute sind? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin da unten, ich brauch dich jetzt ungefähr als Wander als Fenster! Da ist Gold! Echt? Da ist Lava! Und da ist ein Lava-Vee! Wo soll ich jetzt hin? Was mach wo das? Ich brauch das Gold auf! Ähm, ich komm hoch! Achtung, dass du nicht reinfasst. Bleib einfach da unten kurz, ja? Okay. Ja, okay. Wir können zur Rückkehr. Okay, kurz als Grenze dafür. Also, ich bin auch auf den Leiterstimmler? Nein, nein, einfach nur an der Wand hinter, nee, einfach vor der Wand bleiben. Ja, aber dann ist es dann langsam hoch. Nämlich so ungefähr ganz erhaft, ob ich mich für die oder in der Nähe bin. Was? Wollen wir, dass wir nicht fertig erkunden noch? Ja, ich habe ja gesagt. Ja, wenn ich darf, du kannst auch für mich ein bisschen anschauen, ob ich dann über die... Ah, nee, noch ein bisschen runter? Noch ein Block? Nein, ja, doch. Ich verstehe keinen, wenn die darüber nachher redet. Okay, okay, komm wieder zurück. So weit, okay. Hier? Wie kannst du auch? Hier? Da ist nichts. Zurück. Okay, nein. Okay, nein. Okay, danke. Das heißt... Nächste Gang, komm. So weit kann ich dann die Farben aus, wenn wir die Kürbis dann auswerten. Okay, danke. Heute mit der Kürbisse? Heute mit der Kürbisse? Dann wir weitermachen. Leute. Oh Gott, nee. Der ist schon wieder so verwinkelt. Ich will keine Antwort bekommen einfach. Ja, wachst mich. Habt ihr Kürbisse? Nein. Ihr redet nicht die ganze Zeit davon. Ja, wir brauchen Kürbisse. Wir haben schon eine Farm gemacht. Ich hab damals Kürbisse gesehen, glaub ich. Ja. Oh Gott. Ach du Skelett. Skelett, oh Gott. Nee, ich hasse Skelette. Eine großen Schande. Jetzt sind dann wirklich zwei Tote von Sticks. Ich hab's Gefühl. Nimm nichts. Nur noch was Wichtigste mit. Ja, wenn du fallst, sehe ich nichts. Nimm nichts. Nimm nichts. Nur noch was Wichtigste mit. Ja, wenn du fallst, sehe ich nichts. Ich muss nichts sagen, aber wir haben schon vier Sticks. Ah, fünf sogar fast. Ich möchte auch nichts sagen, aber wir haben wahrscheinlich jetzt über mehr als ein Stack Eisen und mehr als Gold. Und Diamant. Wir sind noch immer nicht fertig. Und da müssen wir noch Eisen. Da runter oder nicht? Nein, ich gehe da mal. Oder da hoch? Wir gehen da jetzt einfach zurück. Ja, da oben ist ich nichts. Okay, gut. Ich würde da noch den linken Gang gern schauen. Dann schauen wir noch den Eingang. Dann sind wir fertig. Alter. Ich höre doch nicht auf. Das ist aber geil sowas. Warte mal. Ja, da sind schon wieder drei Gänge. Ich gehe mal links. Ja, warte. Ich komme mit. Da ist schon wieder eine Schlucht. Da ist eine Rose. Da ist schon wieder eine Schlucht. Ja, da ist schon wieder eine Schlucht, meine Kleine. Dann machen wir eine Treppe nach oben. Ich habe dich schon geschlossen, Mann. Ja, ich brauche nur was zum Ausleuchten. Achso. Weil langsam geht mir da jetzt hier auf den Weg. Ja, ich habe 50 hier. Also, sollte nicht so. Das ist Battleport einfach gerade aus. Ja, schön. Oh, ja. Brauchst du Schaufel? Kannst du da mal wegmachen? Ich mache weiter wie zartig. Ich mache weiter wie zartig. Ich habe einen Rücken, wenn was passiert. Ja. Also, mach ich schauen. Bevor jemand kommt, mach ich da einen Stein hin. Oh, da ist Halt. Geil. Geil. Wir müssen dann auch noch Platz finden. Niklas! Wir müssen jetzt unter unser Haus bleiben. Ich weiß nicht, was unter unsere Hülle ist. Wir hören auch noch von, wir spielen uns heute. Ja, alles. Ja, können wir ihn mal bitten, aber wir... Wir haben noch eine Hülle vor uns, die wir noch irgendwann... Ich glaube, ich weiß, woran das liegen könnte. Ach. Verdammt. Aber ich kann mich auch scheiße fett wehren. Äh, wie ich damals durch den Creeper gestorben bin. Warte, du hast einfach nur... Da ist eine Hülle. Äh. Nein, nein. Das ist nicht dort. Wir hören unter unserem Haus. Unter unseren Weizenkörner. Ja, weil... Wir haben eine Hülle, wie ich... ...ausgefunden. Ich will, hier kommt doch ohne die... Eine Hülle. Das merken wir uns selber, dass hier eine Hülle ich. Komm. Ich hab keinen Bock. Ich und Anton sind... Äh. 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 Wir haben den Kamin. Wir haben den Kamin. Stefan. Macht's. Ich verbrenne jetzt gleich unser Haus. Na, na, mal. Ist mir egal, hätte ich gesagt. Wir haben den Kamin. Du musst die ganzen Erranken schießen. Ja. Ah, eh. Bist du da hinten mir? Ja. Äh. Ungefähr. Ja. Auf einmal zack. Boom. Creeper. Ich komm wieder. Ich hab einen Spitz. Hast du einen Spitz? Äh. Hier. Okay. Ja. 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 Ja, sie ist bei oben. Ich weiß nicht ob ihr von einem Berg rauskommen. Ja, sonst wäre hier schon ein bisschen Ding. Erde. 65, ich glaub wir sind bei einem Berg. Ja bei Höhe 70 im Normalfall. Im Normalfall halt. Wir mussten mal Erkundungsschaft gehen, wir kriegen so oder so Eisen. Ja wir haben mehr als nur Eisen. Wenn er erkundet ihr dreimal, dass ihr schneller seid. Dass wir alle zusammen sterben. Ja klar. Rantum überlebt dann wieder das Einzige. Ja und dann... Boah Anton ist so klug. Wir haben Idioten vollgeschickt. Die Hülle haben eh noch bei uns. Da sind eh noch 10.000 Gänge. Wir haben da noch 2 Hülle bei uns eigentlich. Das heißt wir... Anton gib mir die Eisen. Ja warte kurz. Ich seh ja nix mehr. Auf welcher Höhe sind wir? 75. 70. Da ist Kohle schonmal. Und die Kohle. 27. Kohle auch. Wo kommen wir denn raus? Kohle geb ich dir nachher. Ok. Ich hab irgendwie eine Kohle. Da ist Erde. Ok. Da ist die Kohle näher. Da glaube ich. Was ist denn du dort? Ne ich hab's nur geklappt. Es ist dunkel. Ok. Es ist dunkel. Zück dein Schwert. Bruder. Ok. Wie ist denn... Der war gerade die ganze Zeit hinter mir. Auf einmal steht der vor mir. Hey da ist die Höhle. Da ist der Höhleneingang. Ja und wie kommst du jetzt wieder runter? Ok. So könntest du mir mal... Du musst jetzt den Weg leiten. Wir gehen mal nochmal in die Höhle kommen. Wir haben ja unser Zeug dort. Oh ja. Da ist ein Zombie. Musstest du das Wasser hier lassen. Also so weit haben wir es nicht geschafft. Wie meinst du so weit? Von der Länge jetzt her. So. Was haben wir denn? Ja es hat eine. Entschuldigung. Ich hab jetzt nicht mehr geschaut. Danke fürs Zuschauen. Ok. Bis zum nächsten Mal. Ciao.